Was ist denn los? Leon, ich bin vom Haaren! Ich bin frei, laufe auf Sandy ist bei dir immer noch. Ich bin vom Haaren! So, ich will erstmal Autor reparieren. 3, 2, 1... Lazy Gentlemen! Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von DPD mit Svenny... Hallo! Double B. K und Double B? Ähm... Bumsbar. Ah, okay, Bumsbar. Du bist sicher der Michael Jackson hier, oder? Achso, der ist gleich Michael Jackson. Sven übt wieder Rassismus aus. Ich mache hier mein Gen. Alles beim Eilen. Ne, ich habe nur auf die roten Klamotten geachtet. Aha. Und ich mache jetzt hier einen TÜV fürs Auto neu. Und du hast gedacht, der läuft ja schon mit unseren Teammates. Es ist connected. Krass. Oh, großartiger Filtercheck. Was machst du denn jetzt schon wieder für Sachen? Ich habe Play gerade! Hexe! Hex, Hex! Hex, Hex! Hex, Hex! Jannik! David! Wo bist du? Jannik! Wo bist du? Jannik! Die Killerhütte ist übrigens ein Dingse. Ein Dingse? Ja, ein brennendes Tote. Ich komme in den Keller. Ah, okay. Hau rein! Ich hole dich da gleich raus. 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 Was hab ich gefunden denn? Ich bin tot. Ach, fick dich doch, General. Ja, David, das macht wieder Spaß. Oh Mann, ey. Gutes Spiel, gutes Spiel. Die eine Falle hingepackt auf der Treppenstufe. Was ist das überhaupt? Hexe. Ach, die Hexe. Ah, okay, okay, ja. Der ist sumpfig. Die kann sich dann zu dir hin spawnen, richtig? Wenn du die Falle aktivierst, ja. Wenn die Kluber schleichen, genau, schleichen, dann löst du das nicht aus. Ah, okay. Alles hat er wählt. Ja, ich hab die alte gerade eh bei mir in der Nähe gehabt. Ich hänge ihn hier so rum. Ich glaub, hier hätte ich die auch hier was hingelegt. Also, das siehst du auf jeden Fall, es sind solche Dreiecke im zweiten Fall. Also, Gras ist natürlich schwierig, aber bei der Hütte sieht man das eigentlich ganz gut. Ja. Unten bei dir oder hat sie auch oben noch was passiert? Was ist das? Oben hab ich halt nicht gesehen. Ja, war ein Dreieck. Aber, soweit konnte ich nicht sehen. Aber unten, ähm, nicht auf den Stufen, sondern direkt auf meiner Ebene quasi. Ja, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Genau. Weil ich dir das zeig schon. Genau. Dankeschön. Bitte? Erstmal heilen. Huah! Erstmal die Schrank! Scheiße! Hau rein! Ich dachte, die kann da nur reingehen, wenn man die ausgelöst hat. Oh, der hat mich gesehen! Der hat mich gesehen! Ich bin tot! Ich dachte, die kann die nur da hin, wenn die ausgelöst sind, ja nicht! Oh, was ist jetzt denn los? Ja, ich bin vom Haken! Ich bin frei! Lauf auf, Sandy ist bei dir immer noch! Ich bin vom Haken! Ich bin vom Haken! Ich bin vom Haken! Ich bin vom Haken gekommen! Ich bin vom Haken gekommen! Ach komm, die schlackt! Ach komm, die Fotze! Die können einem keine Erfolgserlebnisse haben! Nee, überhaupt nicht! Ich bin vom Haken gekommen! Ich bin vom Haken gekommen! Guck dir mal an, die Kackladen da! Ich bin tot! Ähm, Gandy kommt nicht zufällig jetzt, oder? Äh, hier, du? Du kannst, du kannst, du kannst, du kannst nur suchen! Die müsstest du jetzt spawnen! Jetzt, wo ich tot bin, wenn die, wenn... Ja, als ob die weiß, wo ich lieg! Als ob die weiß, wo ich lieg! Jetzt will ich Svenny! Jetzt hör auf mich an zu gucken! Nein! Hä? 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 Die kann mich nicht aufheben! Sven Hacks! Easy! Sven Hacks! Da verblutest du halt! Ja, ist klar! Wir sehen uns dann gleich wieder! Wir machen jetzt natürlich einen Cut und... Ja... DVD halt! Und das ist einfach episch! Und du bist ja... Ich mein, du bist ja immer noch zwölf! Ja, nur halt mit Bart! Zwölf und Bart! Ja, Wikinger halt! Bin ich bei dir? Ja, hi! Hiiii! Halle! 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 Zwei-Sronne gegen Hell-Pilling! Halle-Pilling! Halle-Pilling! So, Tüffer! Okay, ähm... Ähm, 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 ähm... Die Kühlflüssigkeit muss neu! Das sehe ich jetzt schon! Der Ölwechsel auf jeden Fall! Ja! Der Hex-Poiler gefällt mir schon mal gar nicht! Nee, ne? Oh, ich höre Steps! Du, der kommt nicht! Der kommt nicht! Der kommt nicht! Der kommt! Ja, der... Der kam! Ey, der kommt nie! Ich bin schon weg! Er will die Strick zählen! Ja, wie Billy! Lass mich in Ruhe! Das glaube ich vielleicht leise machen! Aaaaah! Aaaaah! Das war ich geschafft! Ja, du! Ich bin ein paar mal rumgelaufen! Ja, sag ich hier! Das war ich geschafft! Weißt du, ich dachte, die Leute wären ein paar an uns vorbei, das habe ich nämlich auch schon ein paar mal gehabt, dass er mich dann einfach nicht... Okay! Andere Richtung! Easy Game! Kein Problem! Oh Gott, ich muss meine Kälte noch mal ein bisschen verschieben! Ja, easy mach das nicht! Ja, ich mach das eben so! Hier, guck mal! Ja, das ist doch was Sven hier! Dann macht's und will ihr abschnitzeln! Abschnitzeln! Ey! Ja, hier willst du mich schon hier verarzten? Ja, Siggi, ich hab' wir schaffen das! Okay, okay! Aber auch ein Hello Kitty Paster, ne? So schnell kann er gar nicht schnitzeln! Ja geil! Da hab' ich hier schon vorher paniert, Jungen! Aaaaah! Okay, hier, Batterie wechsel, wa? Siggi, Jun, weiter geht's! Teil 2! Na, erster Versuch ist nicht durch den TÜV gekommen! Nee! Nächster Versuch! Ich glaub' da kriegt nur ne gelbe Palette! Oh, wow, das ist doch knapp! Der verletzt mich! Ja, Zündkerzen bist du auch neu! Hm... Mit Öl gefällt mir schon gar nicht mehr! Nee! Ne! Wie kann das denn? Das Wasser Turbulada! Ich glaub' das ist nicht gut! Das ist kein Originalteil, ich glaub' das ist nur amerikanisch! Ja! Sofort auswechseln! Hab' TÜV bekommen! Klingt krassig! Ah, noch einer! Ja, moin! Auch TÜV, oder war? TÜV wollte! Wieso Keller? Hm... Dass die jemanden Keller wollen? Die andere Kleine macht das schon! Ja, okay! Wir können das austoben! Ich glaub' da hat jemanden Barbecue! Der weiß wie man schnitzelt! Sven, der weiß wie man schnitzelt! Hi! Das ist wieder mal! Hahahaha! 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 Der sieht mich nicht! Komm, der sieht mich nicht! Wo ist denn der? Ich seh' ihn nicht! Da oben ist noch einer Sven! Der hängt auch ab! Ich hör' ihn! Ich hör' ihn! Ich hör' den Ketten sehen! Yannik, lass mich im Schrank! Das easy wär' kein Problem! Oh, ne Tour! Ich guck mal, wie ich es auch finde für TÜV! Jo! Ihr werdet andere verfolgt! Hm... Wär das? Für ihn! Jo! Erste Hilfe kosten! Easy Game! Gute fähig! Ja, moin! Hast du auch die Tollbringe hier kontrolliert? Na, die sind noch bei dir! Da komm ich krass noch nicht ran! Du musst du jetzt noch die Kabel neu verbinden! Ja, ja, ja! Da würde ich den Autoschlüssel mitgegeben! Das müssen wir jetzt mal kurz schließen hier! Ja, das ist übliche! Ja, dauer ein bisschen, ne? Ja, hast du aber Erfahrung, oder? Ja, nein, nein! Ist nicht so einfach hier! Wir sind so drei und vier Kabel, weißt du? Da habe ich sein geklebt! Ah, okay! Oh, ich seh' gerade die Zylinderkopfabdeckung ist nicht richtig! Ich hab' es auch unbedingt neu! Oh Gott, da kommt der Vermieter! Jetzt wird's ja auch geschafft! Jauuuu! Er kommt von unten! Oh, ich komm' von oben! Er kommt, er kommt! Er kommt! Er kommt! Pfff! Pfff! Warum immer ich? Warum immer ich? Ich hab' geraben bei mir! Odin ist mit mir! Ah! Ich liege! Als ob ich nicht um die Ecke durchgekommen bin! Ich bin mega schlank! Oh, Odin war nicht bei Sven! Sven! Kommt doch bei Halla! Und Alpha, wende hier! Oh Gott, ich muss das schon kämpfen! Janik, rette mich! Wir müssen TÜV machen! Sven! Komm mal hier! Geh mal hier unten rein! Okay, unten rein! Unten rein! Hinten, hinten hinter die Palette! Dann können wir noch schnell handeln! Hey! Oh! Falscher Augebo! Rechtsrum! Vielleicht kannst du rechts rum! Hast du links rum! Hast du links rum! So! Dankeschön! 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 Komm, wir waren der TÜV machen, oder? Ja, TÜV war! Der böse Verbieter, ey! Der war schon wieder in der Hölle, jungfurt! Ja, du! Jetzt zieht ihr uns nur die Lage hier in unserer Halle, weißt du noch? Oh, verschricht, jung, jung! Weder Blicker falsch gesetzt, aber! Jawoll! Der kommt! Der kommt schon wieder! Hä? Der hat uns gar nicht gesehen! Nee, natürlich nicht! Der war schon ein Jahr, jung! Der ist der Depp hat im Kopf! Ich ziehe mal kurz den Schrank hier! Der ist unter uns, Yannick? Ja! Dann wird auch noch geguckt, ob das hier alles ist, mit der rechten Ding zu gehen! Also, wir haben jetzt kurz Pause, ne? Wir haben kurz Pause, ne? Eben Tag! Oh Gott! Ja, klar! Oh, guck mal! Der hat zu lange Pause gemacht! Der hat zu lange Pause gemacht! Alles klar! Wird ja geil! Ah, das war eine schöne Mittagspause! Jo! Pause vorbei! Erstmal auf Toilette! Das schafft ich die halt abgeschmissen! Jo! Ey! Jetzt mach mal! So! Okay, jetzt hab ich die Kabel! So! 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 Letztes, letztes Auto vor heute! Genau! Ne, ich hab die Kabel! Was aber so! Ich hab ja auch Kabel! Ja! Wir haben zu viel Kabel hier! Ah! Richtige Kabelsaladin! Das ist nicht gut! Ja! Im Gucken, ob der Prüfer schon da ist? Ne! Ne! Der Prüfer stimmt! Aber ich hörte den Prüfer! Ich glaub, der klingt nicht so glücklich! Ne! Oh! Prüfer! Prüfer! Oh! Der hat mir wehgetan! Ja! Ja! Ne! Hilfe! Oh nein! Der Prüfer! Der nimmt mich mit! Ich grüß... Ich grüß... Ich grüß... Ich grüß... Ich grüß... Ich grüß... Ich grüß deine Frau! Nein! Ich war fast fertig! Nein! Du Prüfer war nicht zufrieden! Ne, war nicht! Da hab ich wohl schlampig gearbeitet! Das war wohl nichts! Eben zu schauen! Da kam der auf einmal aus dem Nichts ey! Nein! Was ist das denn? Das war schon früher vor allem gemacht! Kam Termin dazwischen! Nein! Nicht was zu nichts! Du! Schattwort vier Augengespräch! So! Töfes durch! Töfes durch! Töfes durch! Töfes durch! Oh Gott! Beide bei Ihnen! Das Bobby! Ernest Mann! Was ging es jetzt? Wir sind ganz gut für den Billy! Ja! Guter Keller! Guter Keller! Guter Keller! Auf jeden Fall! Kann er auch rein keyen! Alles fein! Wenn du doch in den Keller gehst, dann kannst du auch meine hier Ersthilfe Tasche mitnehmen! Ich muss ja noch mit einem anderen Item bekommen! Gute Idee zu! Oh guck mal! Hat er sein Pausenbrot vergessen! Ja! Oh! Oho! Oho! Ich hab' ich gesehen! Oder? Ne! Da will er mein Käsebrot! Oh! Er hängt dir auf! Käsebrot! Käsebrot! Hau rein! Mein Käsebrot! Oh man, ey! Käsebrot gesnaggelt, sterb die Beine jetzt! Ich guck mir das nochmal einmal an! Ja! Gefährliche Sache! Gefährliche Sache! Absolut gefährlich! Schafft die andere es noch? Die andere haut ab und die stirbt! Das ist hier! Guck! Guck! Ich sag das doch! Die andere dann kommen das! Nimm rein! Ihren Teammate! Ihren Teammate! Fängt sich jetzt auch so! Warum hab ich Rob gerettet? Einen können wir noch, oder? Ja! Einer geht immer! Letzte Runde, Leute! Dafür müsst ihr aber auch ein Like da lassen! Sonst geht's uns das wieder auf die Freizeit. Sonst habt ihr gleich Black Screen! Was? Aber wer jetzt ein Like da lasst, dann kommt noch eine Runde zur Licht ran! Ihr seht's jetzt vielleicht! Ich fühl's schöner finden, wenn die so auch so Melodie hinter... im Ladebild packen würden. So Handshoulder Musik! Hmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhm... ja so oder so ein helles schneider wie weißt du das käsebrot ach nee jetzt auch nicht aber es ist nicht um das werden wir uns behandelt werden das tut was nicht um das ist was nicht um mann vom büro direkt in die psychiatrie unsere körper werden überprüft als die motorber für unsere körper gefallen ist das wird duschen gehen ich weiß nicht ich weiß ich habe die Prüfer alte Lizenz hat aber man ich weiß nicht einmal in die Berufsführung mal nach die Lizenz hier zu bilden er hat kommen jetzt werden Fernsehner an das ist aber nicht so spannend Läuft da was? Ne. Der hat ein bisschen Schneider aus. Der wäre eigentlich auch geil, wenn z.B. jetzt irgendwie so von Horrorfilmen irgendwie so nix reinlaufen würde. Irgendwie so, keine Ahnung, so Ring oder irgendwie sowas. Er hätte schon was. Ich höre doch einen Generator, warum ist ich keinen? Oh, es ist eine Legion! Es ist Legion, Sven. Gesundheit, ja. Leon. Es ist kaputten Alter. Hau rein, Sven. Alter. Er hat eben ne Spritze genommen. Aua. Sven, das hat sie noch geben können. Alter. Nein, ich fick keine Spritze. Keine Spritze, Aua, da tut nie wei, da tut nie wei. Da hab ich eben so unterwegs mitgenommen. Ich häng fest. Okay, ich bin nicht mehr ganz so tot. Was? Jetzt rennen wir hier mit Legion in der Psychiatrie rum. Find ich gut. Nee, ich bin die auch nicht gut. Der will... Der will... Der will... Der will... Der will... Ich bin nicht mehr hinterher... deswegen also ist schon krass und fair doch gedacht so was war fies heute oh ja das war ein du so so also ich bin im Labor wenn man das Labor annehmen kann hallo ja hohe das hier wird reparieren da bist du da ist ein elektrischen Stuhl genau oh sorry jetzt bist du mal oben du bist so hochgegangen das ist deine du bist ha ha will doch dich easy nein ha karma is the beach huuu aua ich war gerade wieder hochrennen das ist gut warum hat er nicht dich genommen er hat nicht gesehen wie die schreck gegangen bin ich wickel oh ich hänge da kommt die Apparation oh jetzt tritt er noch gegen den Generator das ist unhöflich aber ich muss kurz sagen wir haben nur nix geleistet hier bisher hehehe nein oh ja ist schon abgehängt kann wohl dass der Doktor nicht zufrieden ist bisher aber aber die duschen nie ha 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 ich habe Angst ich habe Angst tut weh oder was dann will ich immer nicht operiert werden so schlimm sind die Schmerzen nicht so ja du kannst mir erste Hilfe leisten aber ja ich bin bei dem anderen dude da wo du das erste mal diese Spritze abbekommen hast da hätte ich an der Rezeption ja da kommt zu euch ich habe das alle barbecuen heute oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott heibig 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 nein 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 doch Natur kommen wieder zuh nein 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 auf Kamera mein Lebensball war fast wieder voll Svenny du ja kämpfen oder was und ich rück jetzt space 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 OK JADOK Svenny Ich bin bei mir ganz toll laut. Ich bin wegen der Flasso-Plate. Jetzt reiht er wieder zurück in die Mitte. Was wäre denn? Was ist ein krasner Boot für mich? Oh nein, das ist hier bei mir irgendwo. Ich denke, das ist in der Mitte. Puh. Geh mir wirklich ab. Wie pieken, der Junge. Ich mag aber nicht pieken. Alter, danke, danke, danke. Ich bin der große Fan vom Pieken. Wo bist du hin? Ich bin in einer der Vierecken. Ach da. Geschaffen das. Oh, die ist mit uns Sven, der Rabösser. Okay, okay. So, jetzt mache ich erste Hilfe. Sie. Ich kann das. Ich habe Medizinstudium. Ja, wir sehen. Guck sogar. Großartig. Großartig. Hast du das gesehen, Janik? Großartig. Guck, erste Hilfe. Oh, die ist mit uns. Oh, na, genau das Teil ist an dir. Ja. Ey, die Bewertungskamera, die läuft noch nicht richtig. Ja. Schezek Ich kann voll Schlips- Wah wor- � fair sein. Das ist Bienen. ich bin in komm ich bin in komm da kommt man an er kommt gleich aus der gleichen ecke aus der gleichen ecke aber wir haben ich habe einen killer dabei bleibt bei mir Wir können immer noch bei dir sein, der war grad grad kurz bei mir. AAAAAH! AAAAAH! Warum ist der mal ältere Bier her? Da, Kasse! AAAAAH! Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Hallo? Ja du hast новый Weg, ich habe mich mehr abgeschmiert! Ich kann so ein richtiger Wichs sein Ich darf nicht mehr hängen Ja ich auch nicht! Wenn ich hänge, bin ich tot. Du bist auch toll, wenn du gleich deine Monatsblut schon nicht beendest. Steck mal Tampon inzwischen. Bin schon dabei. Alter. Ja, war. Noch ein Ganny. Noch ist in meiner Nanny. Da ging mir echt schon die Düse. Also so ein bisschen. Vor allem mit dem Keks und Pudding mit dabei. Alter, das ist... Come on, das ist doch hier kein guter Run, der ist hier. Okay, der geht auch schon nochmal. Oh nein, ich habe schon wieder seine Steps und alles. Ja, ich habe gedacht, dass ich mir von mir weggegangen bin, weil es ein richtiger Loser ist. Wof, wie kannst du da kasseln? Irgendwiss du da... Ach, come on. Fuck! Er hat Pudding genau neben mir umgehauen. Ja, dann will ich gleich die Keks und den Pudding gestippten, Sven. Alter, ey. Oh, das spielt... Das ist so schön für mein Herz, ne? Also, ganz ehrlich. Das ist echt nicht immer. Oh, hi. Das geht auch gut. Ich glaube, wir müssen gleich Pudding retten, oder? Ja, ich rette Pudding, ihr macht den gern. Okay, die. Okay. Moin, ich bin der Meister der KZ-Mechatrolika. Okay, hast du ohne mich hinbekommen. Alles gut, du meinst mir. Weißt du, zu kommen, kann ich am besten. Natürlich. Äh, das legst du dir der Killer auf, oder? So, ich mache ihm den Ausgang auf, ne? Nein, Killer, komm, Killer, komm, Killer, komm, Killer, komm, Killer, komm. Alles gut. AAAAAAAH! Ich liege! Ich liege! Da hat Neroid! Da hat Neroid! Da hat Neroid! Da hat Neroid! Hau rein, Sven! Nein! Bitte hör mir nicht auf, dann bin ich tot! Habt mit Leid mit mir! Ich bin doch nur ein armer Sven! Nein! Ich bin tot! Er hat so Neroid nicht gefällt. Nein! Nein, nein, nein! Hau rein! Sven geht nach Valhalla! Lief nicht gut mit! Lief einfach nicht gut mit! Weißt du, ich dachte, der Killer müsste eigentlich so bei euch rumlaufen, aber es dann direkt zum Ausgang hingeht. Könnte keiner Ahnung. Oh, 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 Janik muss fangen. Als ob man dich nicht gesehen hat! Pizzle Crosser Trixer! Pizzle Crosser Trixer! Pizzle Crosser Trixer! Weißt du, ich halte ab! Schiebung! Das ist nur ein Crosser Trixer! Wata! Schiebung! Ich hatte schon 5000 Mal aus dem Busch sogar gesehen. Aber das Ganze bei dem Ausgang gibt es im anderen, oder? Alter, ey! Das hatte ich nicht gesehen hat, das bereif ich nicht. Ich will Krüste Trixen! Das ist echt unfair. Unfair! Einfach nicht! Ich meine, jetzt trennst du hier im Marathon, das glaubst du sonst was, okay, da hörte ich dich nicht. Und was machen die anderen Pappenheimer? Sag, du es mir! Ich guck mal. Die haben Ausgang aufgemacht. und ist aber den warte also eines abgehauen der andere ist auch noch drin okay da kriegt jetzt die kinder so ein bisschen ab also der hat kopf ja klasse im raum nebenan bei ihm er geht zum ausgang und wird gejagt wurde umgehauen wurde umgehauen haben auch schon kurz am ausgang das war gelassen das war gelassen das ist echt mies ich glaube ich das erste mal oder wie oft hinkt der schon die ich glaube ich auch schon mal geholt habe ich nichts gesehen kämpfen und ist tot ist sofort tot ja die gesehen hat die ist einfach ich habe wieder wenigstens punkte gesammelt ja es ist was soll die weggehen du hast wer schreibt hier nur als wenn die feststellen wenn man nichts gedrückt hat das war dbd für diese wurde für die zeit am sonntag schon mal was es gibt weil demnächst gibt es sehr viel wenn man deswegen lass uns gerne wissen was er sonst noch sehen wollte so das ein oder andere spielen können uns gerne mal wieder was vorschlagen macht uns nichts aus und sonst gibt es auch irgendwann wieder das unglücksrad natürlich das wird mal schauen wie wir es alles hat ich unterkriegen sonst schönen tag noch schönen restabend oder allen bis zum tsch und 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 bis